Hände auf die Knie, Gewicht nach vorne und zu mir herfahren, gell? Hände auf die Knie, genau, und wieder Hände auf die Knie, genau, muss man schauen, dass wir ein bisschen Schwung kriegen, ja, das geht schon, du musst dir ein bisschen runterzustellen, genau, gerade her, ja, super, ja, geht schon weiter, ja, jawohl, super, zu mir her, gell, zu mir her, ja, spitze, spitzenmäßig, jawohl, super, yeah, ohne Schmeißen, bist du jetzt runtergefahren, so, jetzt gehen wir rein, ja, gut, ja. So, da muss man steigen, wie mit dem Flucht hier, dem Stimme ist, da muss man steigen, ja, genau, so, geht, Papa? Hände auf die Knie wieder, gell? Die Mama tut da ein bisschen antauchen, vielleicht, die Mama sollte da ein bisschen antauchen, die Mama sollte da ein bisschen antauchen, gell? Wir gehen, das meint, der ist nicht, und spiel zur Bahn, wo wir schauen. Zu mir her, gell? Genau, so bleiben, super, perfekt! Super! Perfekt, Daniel, zu mir her, gell? Super, und da in Tiefschneine. Ohne Papa-Hilfe hat er gebremst, da Dani, super! Schau mal her zur Kamera! Tust du mal winken? Nimm mal! Du winken! Darf ich auch hinschauen zum Foto? Ja! Papa, darf ich auch? Ja, du bist ja drauf am Foto! Aber ich mag auch mal schauen zum Foto! Du winken!